Spacemarine Die kleinen Jungs, die machen So einfach fertig Und Munition haben wir Aha Schauen wir mal Alles voll, da gibt's nichts Und Ne Okay Lassen wir das Ja, das ist dann ziemlich rasch Zur Sache gegangen Also Imperator, ja, danke Diesen Sanktum aufnehmen Scharfschützenmodus freigeschaltet Ja, das hatten wir schon das letzte Mal Und ja Mit Wildheit können sie nun Pipapo in den Scharfschützenmodus Und beide gleichzeitig und links tief Und dann verlangsamt sich die Zeit Und alles mögliche, okay Äh, ich frag mich, ob ich da nicht Dann auch gleich die richtige Munde Zu brauch Äh, ja Fürs Scharfschützengewehr Und das haben wir jetzt ausgerüstet, nehme ich an Ja, genau Und wir sind im Wildheitsmodus, genau Abstand halten Oh Okay Ah, fuck you Okay So, Schaffel, Schützengewehr und dann schauen wir mal. Die Jungs haben wir und den auch noch. Achtung! Abstand halten! Der Spaceman hat sie! Feind den Weg! Der Spaceman hat sie! Der Spaceman hat sie! Der Spaceman hat sie! Ich glaub's ja nicht! Das zweite Mal bei dieser Stelle! Ja, irgendwie müssen wir das da total anders angehen! Ja, komm! Du auch! Der Spaceman hat sie! 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 Jetzt haben wir das! Nachgeladen haben wir auch! Da ist das Geschütz! Abstand halten! Dann legen wir es zurück! Leandros, legen Sie das Geschoss ein! Ich gebe Ihnen Deckung! Okay! Wir machen das wieder wie gehabt! Wir probieren es halt noch mal! Abstand halten! Alter, schleicht dich! Ah! Achtung! Für Ultama! W Glob! In Polen! Wiemärw! Wiemärw! Achtung! Der Spaceman hat sie damit! Tänni! Naerschattet! Anni! Das sind die Flammerin! Wiemärw! Achtung! So. Oh, die Jungs. Oh, die Jungs. Die Jungs. Oh, die Jungs. Sie ist die Jungs. Die Jungs. Die Jungs. Sie ist die Jungs. Alleine leben. ...leute, ich glaube, wir sollten da raus und ins Freie und im Freien kämpfen. Also, in der Halle, dann... ...in der Halle. in der Hand. Wir probieren es einfach noch einmal. Okay. Ich glaube es ja nicht. Nur eine kurze Pause jetzt. Okay. Und weiter geht's Leute. Aus der kurzen Pause wurde eine 8 Stunden Nachtschicht und ich denke mir, au weh, nach einer halben Flasche Stolch, naja, können wir aus diesen grünen Jungs ja doch noch Tomatensuppe machen. Du armer Teufel. Und wenn ihr euch fragt, warum ich dann nicht die Granaten einsetze, ja, eine gute Frage. Weil auf die Idee bin ich nämlich gar nicht gekommen. Die können wir auch noch brauchen. Ah, was weiters interessant ist, wir müssen einfach die Jungs da oben runterhauen. Ich bin dann, die Spacemarine. Spacemarine. Ich bin schon ganz nörderisch, wie wenn es einfach hier stehen bleiben. Also hinten gibt's Granaten, die holen wir uns dann. Dann legen wir es zurück. Leandros, legen Sie das Geschoss ein. Ich gebe Ihnen Deckung. Und, kommt's Jungs. Lasst mich nicht noch einmal stören. Diese Sprenghainze sind ja extrem gemein. Die kleinen Kriegsräume, die heißen. So. Der versteckt sich da hinten. So. Die müssen wir zuerst ausschalten. Das nix. Lix. 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 Lix Du bist Schwachmehr! Oh, da haben wir einen Kriegbapper! Nur schnell weg! Schuss in 3! Eifer und Welthalt! Stellung halten! Oh, was weniger als mein Weg! Space Marines! Oh! Leute, da geht's ab! Die kleine Einzel! Granate! Und die hat mich wieder voll erwischt! Abstand halten! Abstand halten! Abstand halten! Abstand halten! Abstand halten! Abstand halten! Ich habe von der Menschlichkeit! Ich glaub's ja nicht. Ihr habt ja keine Ahnung, wie lang ich da jetzt herumgezockt habe. Ihr habt mich nur zweimal, glaube ich, sterben sehen. Es war aber schon öfters. Und schnell nachher. Okay. Ein kurzer Rundumblick noch und ich denke, das war's einmal für dieses Video. Ich hab nämlich auch schon genug vom Sterben. Ja, da hinten geht's ab. Seht ihr, das haben wir ausgelöst. Kommt ja recht gut. Ja. Unser Space Marine. Leute. E-Pi-Sche. Das sag ich nur. E-Pi-Sche. Jawohl. Gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mich sterben zu sehen. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Video. Euer Toso. Ciao.